Ja, herzlich willkommen auf der IGN Style. Schön, dass Sie hier sind. Wir sind vom Deutschen Weininstitut. Wir haben hier aus allen 13 deutschen Anbaugebiete Weine zum Verkosten. Von den wichtigsten deutschen Rebsorten kann man sich hier informieren. Auch touristisch kann man sich hier informieren. Wir haben ganz viel Infomaterial zu Weinfesten, zu Weinwandern durch die deutschen Weinbaugebiete. Da gibt es ganz viel. Und wir machen ganz viele schöne Seminare. Also einmal Käse und Wein, Schokolade und Wein, weil das immer so jeden interessiert. Dann informieren wir über die neuen Trends beim Sekt, weil deutscher Riesling-Sekt und überhaupt deutscher Winzer-Sekt ganz im Aufwind ist. Und morgen kommt der deutsche Brotsommelier, der Matthias aus Straubing ist er. Der bringt ganz tolle Brotsorten mit. Er ist ein super Handwerksmeister, der ganz toll und das Brot bäckt. Und da machen wir, weil wir eine Kooperation im Deutschen Brotinstitut haben und das deutsche Handwerk fördern wollen, dort machen wir auch ein Seminar, das heißt Brot und Wein. Und da wollen wir eben über das Brotbacken auch informieren und einfach tolle Sachen da verkosten. Tja, und dann ist die Messe rum, aha. Genau, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Da gibt es Chetina, Vasily, Colette und Ramo Hemm, die jeweils mit kleinen Kreationen sich hier präsentieren. Schauen wir mal, ob wir vielleicht für ein Bild, den einen oder anderen Teller bekommen, oder auch die Schock haben, hier und da etwas zu probieren. Die Idee ist hier, in der Küchino-Restaurant als Röntgen kennenzulernen und mich kulinarisch an einem Ort in München zu probieren. ... mit einer Limettenmappelnade, der aus konfirmierten Limetten besteht, etwas Senfkörner und dazu ein kleines Gesalach und pulverisierte Rote Beete. Ganz schlicht, ganz einfach, mit Stichdurcharomen, mit Süßen, Säulen und Schafeln. ...